Musik Herr Blöhmann, Frau Blöhmann, bitte nehmen Sie Platz. Ich versichere Ihnen... Ich kenne diese psychologischen Tricks. Herr Blöhmann, man sagt eine Farbe und schon ist man schuldig geschieden. Zwei Herren geben zwei Damen Reitunterricht. Abenteuerurlaub. Mit Reiten. Die Herren sind den Damen irgendwie behilflich. Herr Blöhmann, sind Sie Ihrer Gattin auch behilflich? Bereiten nicht. Ja, Herr Blöhmann, küssen denn Sie gelegentlich Ihre Gattin? Weniger. Herr Blöhmann, küssen Sie jetzt Ihre Frau? Hallo. Mehrmals bitte, mehrmals. Hallo, Schatz. Das genügt nun einmal noch. Das reicht für heute. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Komm jetzt. Ja. 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 Ja.